Diese Leute haben in ihrem Job mehr versagt als ich in meinem Leben. Junge, wo soll ich jetzt hinlaufen, links oder rechts? Ich laufe einfach geradeaus. Hier ist irgendwas durcheinandergekommen, ich verstehe auch nicht ganz, was das soll. Und auch wenn du nicht puzzeln kannst, zwei Teile ordentlich zusammenzufügen, ist nicht allzu schwer. 14,99 wurde reduziert auf 14,99. Heute ist es ein richtiger Schnapper geworden. Ich will gar nicht wissen, wie viele Substanzen während des Bau des Gebäudes genommen wurden. Bei der Treppe kommt man, glaube ich, nicht hoch. Also vorausgesetzt, man hält sich an die Vorschrift. Und ich würde jetzt gerne wissen, ob ich da als Fahrradfahrer parken darf oder nicht. Und hier ist es doch vorprogrammiert, dass man dagegen läuft.